Hartwin Brandt ist ein deutscher Althistoriker. Hartwin Brandt studierte von 1979 bis 1985 Geschichte, Germanistik und lateinische Philologie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Nach dem ersten Staatsexamen 1985 wurde er 1986 in Kiel bei Frankholt promoviert. Er habilitierte sich 1991 an der Universität Tübingen, wo er von 1986 bis 1992 wissenschaftlicher Assistent war. 1992-93 hatte Brandt eine Vertretungsprofessur an der Universität Leipzig inne. Seit 1993 ist Hartwin Brandt ordentlicher Professor für alte Geschichte, zuerst an der Technischen Universität Chemnitz. Seit 2002 an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. 2003-04 war Brandt Visiting Professor an der University of Exeter und von 2000 bis 2006 Mitglied im Vorstand des Historikerverbandes. 2006-07 war er Henkel Fellow und Visiting Professor am Department of Classics der Brown University in Providence. Zudem ist der Hartwin Brandt seit Oktober 2004 Sprecher des graduierten Kollegen Generationenbewusstsein und Generationenkonflikte in Antike und Mittelalter. Forschung und Projekte Hauptarbeitsgebiete Brandt sind die Spätantike, Geschichtsschreibung in der Spätantike, die Erforschung von besonderen Gruppen in der Antike sowie die Geschichte der römischen Kolonien in Kleinasien. Survey-Projekt zur archäologischen, epigraphischen und historischen Erschließung der antiken Polis Pet Nelissos. Gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Rahmen des Forschungsschwerpunktes Formen und Wege der Akkulturation im östlichen, Mittelmeerraum und Schwarzmeergebiet in der Antike. Zusammen mit Martin jene Herausgeber der Beihäfte zur Zeitschrift Clio. Handbuch der Altertumswissenschaften Geschichte der römischen Kaiserzeit Schriften Zeitkritik in der Spätantike Untersuchungen zu den Reformvorschlägen des Anonymous der Rebus Beleises C. H. Beck, München 1988 ISBN 3-406-33003-7 Gesellschaft und Wirtschaft Pamphyliens und Pisidins im Altertum Habelt, Bonn 1992 ISBN 3-7749-255-4-2 Kommentar zur Vita Maximi e Balbini der Historia Augusta Habelt, Bonn 1996 ISBN 3-7749-278-5-5 Geschichte der römischen Kaiserzeit Von Diokletian und Konstantin bis zum Ende der Konstantinischen Dynastie Akademie Verlag Berlin 1998 ISBN 3-0-5-0-0-3-2-8-1-2 Das Ende der Antike Geschichte des spätrömischen Reiches C. H. Beck, München 2001 ISBN 3-406-44751-1 Wird auch Silbern mein Haar Eine Geschichte des Alters in der Antike C. H. Beck, München 2002 ISBN 3-406-49593-1 Die Provinz Lycia e Pamphylia Zabern, Mainz 2005 ISBN 3-8053-3470-2 Konstantin der Große Der erste christliche Kaiser Eine Biografie C. H. Beck, München 2006 ISBN 3-406-5-4-0-5-8-9 Am Ende des Lebens Alter, Tod und Suizid in der Antike C. H. Beck, München 2010 ISBN 978-3-406-6-0-1-6-9-9 affe, Women isode 2-3-4-4-kl9-0-1-6-0-7-6-0-7-3-9-0-7-0-7-1-6-0-7-6-0-5-5-0-7-%-7-7-0-7-2-6-0-7-7-6-0-7-6-0-6-7-8-0-7-7-0-7-7-7-7-7-7-7-6-0-7-9-7-0-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-7-7-7-9-8. Vielen Dank.